Oh, endlich raus von dir. Oh fuck, wir haben es geschafft und alles nur wegen dir. Danke dafür nochmal. Danke dir. Wartet mal. Was ist los, Doktor? Hat jemand meinen Rucksack mitgenommen? Nee, warum? Du? Und du auch nicht, oder? Nein, ich auch nicht. Oh fuck, das kann doch nicht sein. Da war mein Regenbogenglas drin. Du hättest es mitnehmen müssen. Du bist der Praktikant. Was, ich? Ja, du. Ja, okay, wir haben dich dafür vielleicht nicht bezahlt, aber... Ja, egal. Doktor, sollen wir jetzt nochmal reingehen oder nicht? Ja, ich meine, es ist Regenbogenglas. Wir müssen es wiederholen. Wartet mal, das ist viel zu gefährlich. Da könnte Jeff noch rumlaufen. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Wir können das Regenbogenglas nicht da bei ihm lassen. Verdammt, was machen wir? Wartet, ich habe eine Idee. Was ist los? Ich fliege mit der Drohne rein und schaue, ob alles in Ordnung ist. Oh mein Gott, du hast eine dabei. Du bist ja der beste Praktikant. So schlecht bist du ja gar nicht. Perfekt, dann würde ich sagen, auf geht's. Okay, stell sie hin. Lass mich kriegen. Oh mein Gott, du hast ja auch einen Controller. So cool. Ja, Gany. Let's go. Okay, Leute. Ich habe einen Überblick vom Gebäude. Okay, zeig mal. Ich suche einen Eingang. Einen versteckten Hintereingang. Flieg über die Fenster. Ja, gute Idee. Da vorne müssen diese Fenster sein. Komm, flieg da rein. Bisschen weiter runter. Du musst runterfliegen. Komm, versuch reinzufliegen. Ja, du hast recht. Ja, da vorne, ne? Ja, und da runter. Oh mein Gott, genau. Hier, da ist ein offenes Fenster. Flieg hier rein. Nur noch geradeaus fliegen, dann hast du es. Pass auf, dass du nicht ans Fenster kommst. Juhu, du hast es geschafft. Oh mein Gott, da ist Jeffy. Da vorne ist der Doktor. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Oh mein Gott. Was betet er da an? Irgend so ein Plakat. Wie ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ist es zu weit weg? Ich weiß nicht. Das ist irgendein Mensch, oder? Praktikant, kannst du es erkennen? Nein, ich sehe es auch nicht. Warte mal, schaut mal, was da passiert. Die Augen fangen an zu leuchten von diesem Plakat. Oh mein Gott, wie müßt es ist das? Und Jeffy macht irgendwas. Er dreht sich um und rennt weg. Oh mein Gott. Der hat was in der Hand. Fuck. Flieg ihm mal nach, flieg ihm nach. Ich flieg ihm nach, ich flieg ihm nach. Oh mein Gott. Was macht er da? Da ist so ein Rucksack. Schau mal, der holt das raus. Fakt ist unser Rucksack, der holt das Regenbogenglas raus. Da ist das Regenbogenglas, er hat es. Und er läuft wieder weg. Hä, was passiert da? Sollen wir ihn folgen, oder sollen wir ihn wieder rausfliegen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017